Hallo und willkommen bei Muskelwaiter. Ich serviere euch heute mal wieder einen etwas günstigeren Standard, den man irgendwie mal getrunken haben sollte, denke ich. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht getrunken, deswegen bin ich sehr neugierig. Die Flasche ist eine Leihgabe von Jeremy, vielen Dank dafür. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich serviere euch heute den Johnny Walker Black Label. Ja, ich hatte den Red Label mal am Flughafen, das war so ein Airport-Dram-Video. Eigentlich ganz lustig, könnt ihr euch mal angucken. Dann hatte ich schon den zwölfjährigen, äh, den zwölf, ne Quatsch, den Black Label Sherry Cask, ein paar von den Origins und den Green Label. Und der Green Label, der hat mich tatsächlich positiv überrascht. Den fand ich richtig gut. Jetzt bin ich sehr gespannt, was der, ähm, der Black Label kann. Zwölf Jahre alt. Doch, hatte ich ja richtig im Kopf. Zwölf Jahre alt ist er. Es ist ein Blended Scotch Whisky, sprich, es ist ein Blend aus mehreren Distillen und auch aus Malt Whisky und Grain Whisky. Ähm, welche Distillen und wie groß welche Anteile sind, ist nicht bekannt. Abgefüllt ist der Whisky mit 40 Prozent gefärbt und kühl gefiltert. Dürfte er meiner, meines Wissens nach auch sein. Preislich liegt der Whisky so bei um die 20 bis 25 Euro, aber im Angebot kann man ihn auch noch gerne mal günstiger schießen. Ja. Schauen wir mal. Schöne Rauchnote. Deutliche Rauchnote. Ich glaube, das ist nämlich diese Charakteristika von dem Black, dass er nämlich eben nicht wie der Red Label oder der Green Label eine leichte Rauchnote hat, sondern der Black, der ist dann schon ein bisschen rauchiger. Ich glaube, es gibt noch den Double Black, ne? Also ich bin so richtig bei Johnny Walker tatsächlich nicht drin. Ähm, ich meine aber, es gibt noch ein Double Black. Aber hier hat er schon mal eine sehr schöne, angenehme Rauchnote. So ein bisschen in Richtung eines Lagerfeuergehens. Oder Kaminfeuer, würde ich sogar eher sagen. Dazu habe ich im Hintergrund so ein bisschen was, wie von so einer Duftkerze. Also wie wenn man so eine Kerze auspustet. Das hat ja dann nochmal so einen Eigengeruch. Der Wachs und der Docht. Und dahinter kommt dann so eine leichte Fruchtigkeit. Zitrus. Aber auch irgendwie eine noch nicht ganz reife Himbeere, eine nicht ganz reife Erdbeere, vielleicht auch eine Johannesbeere. Ein bisschen unreif wirkt da. Aber in der Nase ist der kein Stück unangenehm. Er wirkt nicht jung, er wirkt nicht alkoholisch. Ich würde sagen, ein absolut solider Standard. Ich habe so ein klein bisschen eine Fehlnote, die in Richtung was Metallischem geht. Aber die blitzt nur zwischendurch mal auf. Also ansonsten ist der von der Nase her echt in Ordnung. Zum Wohl. Im Geschmack finde ich, hat er wieder dieses Unreife. Er zieht hinten die Zunge so ein bisschen zusammen. Das habe ich ganz gerne bei, ich sag mal, günstigeren Whiskys vom Supermarkt beispielsweise. Für mich eher ein Zeichen von Jugend, was bei dem eigentlich nicht zutreffen kann mit zwölf Jahren. Aber es ist was Unreifes. Es wirkt irgendwie grün und ein bisschen unangenehm. Wäre wahrscheinlich deutlich intensiver, wenn nicht die Rauchnote da wäre, die das sofort überlagert. Also man hat diesen Geschmack, wenn man den Whisky runterstuckt, wird aber sofort überdeckt von der Rauchnote, was total angenehm ist. Also er hat eine Fehlnote, schafft es sie aber selber, sie zu verstecken. Ja. Er ist jetzt keine Offenbarung, aber er ist ein durchaus solider Standard. Der für 20 Euro ehrlich gesagt nicht viel verkehrt macht. Ich finde die Rauchnote ist im Geschmack nicht so deutlich, wie ich sie am Anfang in der Nase wahrgenommen habe. Wobei, wenn ich jetzt dran rieche, habe ich mich auch schon ein bisschen daran gewöhnt. Also er ist jetzt nicht super stark rauchig, sondern eher leicht rauchig. Aber im Geschmack war es auch da, aber für mich halt auch nicht dominant. Es kommen trotzdem die Fruchtnoten durch, die ich im Aroma schon hatte. Es kommt ein bisschen noch eine Eichennote mit durch. Ein bisschen was Holziges. Und halt ganz viele grüne Noten. Diese, ich bleib bei unreifer Himbeere. Ich finde, er hat trotz der 40% ein sehr, sehr schönes Mundgefühl. Wirkt relativ cremig auf der Zunge. Ich kriege dann zusätzlich noch so eine Vanillennote. Die Rauchnote ist schön eingebunden. Die Fehlnote, die ist im Hintergrund da, aber sie ist jetzt nicht super präsent. Ich finde es nicht übermäßig unangenehm. Ich finde es nicht sonderlich störend. Es ist für mich, für den Preis vollkommen in Ordnung. Und ich muss sagen, für 20 Euro ist das ein toller Whisky. Kann ich jedem empfehlen. Gerade vielleicht dem einen oder anderen Einsteiger, der sich mal an einem rauchigen Whisky probieren möchte und sich unsicher ist, ob das überhaupt ein Whisky ist, der in die Richtung oder ein Geschmacksstil geht, der in eine Richtung geht, die einen interessiert. Und dann ist das ein toller Dram, um mal zu probieren. Kann ich mit Rauch was anfangen oder nicht? Und wenn das dann schon too much ist für euch, also wenn das euch schon zu viel ist, dann würde ich sagen, lasst lieber die Finger von rauchigen Whiskys. Wenn ihr sagt, boah geil, Whisky kann auch wie ein Feuer, also ein Lagerfeuer oder ein Kamin oder wie ein Grill oder sowas riechen, finde ich super spannend, dann kann man sich dieser Welt auch noch öffnen. Aber einer der Whiskys, die ich da empfehlen könnte, als mal zu gucken, mal zu schnuppern, ob das was für ein ist. Ob man eine ganze Flasche davon haben muss, sei dann dahingestellt. Vielleicht kann man den auch mal irgendwie in einem Restaurant oder so probieren. Ich glaube, Johnny Walker Black ist relativ gut vertreten bei sowas. Aber wenn man sich im Bereich bis 20, 30 Euro mit seinen Flaschen bewegen möchte, dann ist auch der Whisky ein absolut gut vertretener Kandidat, um eine schöne Rauchnote zu haben, um preis-leistungstechnisch was Ansprechendes zu haben und mit sogar einer Altersangabe versehen zu haben. Wie gesagt, aus meiner Sicht ein leckerer Whisky, Preis-Leistung passt für mich auch. Von daher kann man den durchaus auch mal weiterempfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, würde mich total interessieren, wie ihr den Whisky findet, wenn ihr ihn probiert habt. Wenn ihr vielleicht auch eine Flasche zu Hause habt, lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten gerne Video liken, Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.